Hallo liebe Gartenfreunde, ja ich melde mich mal wieder aus meinem Garten und ich stehe hier vor meinen wunderschönen Restmortensien und ich bin dieses Jahr total happy, also ihr seht wie groß sie dieses Jahr sind, also sie haben richtig Zuwachs gemacht, ich habe sie wunderschön zurückgeschnitten gehabt im Frühjahr und jetzt haben die einen unglaublichen Zuwachs gemacht. So langsam geht die Sonne unter und die Farbe verändert sich. So jetzt könnt ihr mal diese wunderschönen Hortensienblüten mal vom Namen betrachten und ihr seht, dass also in der Mitte dieses jetzt hier sind die sogenannten Scheinblüten und die locken das Insekt an, die leuchten in der Sonne und die sagen dem Insekt, hier kannst du hinfliegen und Nahrung finden und das ist was ganz ganz Wundervolles. Die Sonne ist jetzt weg, die Bienen sind alle im Schlafen oder die Insekten, die haben sich jetzt beidesgehend zurückgezogen und insofern ist es hier gerade still und ich genieße diesen Augenblick in der Stille. Danke und wünsche einen schönen Abend. Bye bye.